ok ja leute vp tonic ist mal wieder back im business hier für euch auf dem vp clan kanal und herzlich willkommen zu diesem gameplay commentary und ja im hintergrund läuft heute ein call of duty ghost gameplay mal wieder von mir höchstpersönlich erspielt und das ganze ist ein solo triple camstrike mit der honeybitcher natürlich erspielt hier auf strike zone und in dieser runde wäre auf jeden fall der quad camstrike auch wieder sicher drin gewesen am ende der runde war ich nochmal auf einer ganz schnellen 16er streak und im laufe des spiels bin ich auch schon ein paar mal auf so 10er streaks noch verreckt also ganz klare sache quadpotenzial des grauens nichtsdestotrotz habe ich aber nur den triple camstrike klargemacht und den ersten camp hatte ich schon ziemlich früh fällt mir gerade so auf wenn ich mir das gameplay nochmal so anschaue aber ja da hätte ich mehr draus machen müssen eigentlich aber na was soll es trotzdem ist es ein triple geworden von daher will ich mich nicht beklagen und ja damit komme ich jetzt zu meinem heutigen gameplay das habe ich gerade gesagt ich meine natürlich zu meinem heutigen commentary thema nicht gameplay thema was soll das überhaupt sein alter ganz ehrlich zum einen sollte ich noch kurz ansprechen dass wir auf jeden fall kommentatoren noch suchen für den vp clan und ja dafür gibt es auf facebook einen post da steht alles beschrieben wie ihr joinen könnt ich blende ihn euch kurz ein und geht das ganze kurz so ein bisschen durch mit euch und zwar natürlich solltet ihr ein bewerbungsvideo aufnehmen sollte vp bewerbungsvideo in den titel schreiben das ganze umgelistet auf youtube hochladen und dann uns den link dazu auf der facebook seite zuschicken per privatnachricht das ganze steht auch so im facebook post drin wie ihr sehen könnt das ganze video sollte so um die vier minuten dauern und dann uns den link dazu auf der facebook seite zuschicken per privatnachricht und das thema ist euch komplett frei belassen sollte aber vielleicht sich sogar ein bisschen auf vp beziehen wir auf jeden fall eine coole sache und was noch beim facebook post dabei steht was aber eigentlich ganz klar ist ihr solltet natürlich ein bisschen erfahrung haben als kommentatoren denn wir wollen unserem publikum natürlich auch erfahrene kommentatoren bieten können die dann auch dementsprechend unterhaltsame videos oder hoffentlich unterhaltsame videos auch dem publikum liefern können gut und damit komme ich jetzt zu meinem hauptsächlichen thema sogar und zwar soll sich um ein paar informationen bezüglich black ops 3 handeln denn in letzter zeit sind ja wieder eine menge infos rausgekommen jetzt zur gamescom-zeit natürlich und so weiter und so fort und ich wollte euch jetzt einfach nochmal kurz die ganzen neuen informationen auch gemischt mit ein paar älteren nochmal im überblick geben und dann fange ich mal mit den game modes an und zwar wurde bekannt dass es hauptsächlich sich um 6 gegen 6 game modes handeln wird so wie in allen bisherigen call of duties eben auch also da wird es keine veränderung geben es wurde ja drüber spekuliert eine zeitlang dass vielleicht die standard game modes auf 9 gegen 9 ausgeweitet werden jetzt wo es auf next gen sich bezieht das ganze so ein bisschen und dann ground war in 12 gegen 12 modus wird nein so ist es nicht apropos ground war ground war wird auch wieder zurückkehren und zwar eben als 9 gegen 9 modus ich denke mal das ganze wird so wie in allen anderen neueren cods jetzt die auf next gen und old gen rausgekommen sind eben nur noch auf dem next gen verfügbar sein so war es ja schon zeitghost und auch in aw war es so und ground ist meiner meinung nach ein cooler modus und ich denke mal den werde ich wieder ordentlich suchten freunde was mich ein bisschen überrascht hat ist dass wieder dieses taktik team spieler dieser vier gegen vier modus in public wieder reingenommen wird geht mal bitte auf diese playlist in den alten cods und schaut mal die spieleranzahl an ich garantiere euch ihr kommt nicht über 100 spieler in diesem game mode egal in welchem cod ich verstehe nicht wieso dieser modus in cods und anscheinend haben sie den jetzt wieder mit rein genommen für mich total sinnlos aber alles klar denn ich meine für vier gegen vier gibt es ja sowieso den arena modus alter was für eine überleitung holy shit let's go man der arena modus wird ja sozusagen der neue liga modus liga war in black ops 2 wirklich extrem beliebt auch so und hat ja eigentlich competitive call of duty noch mal ein neues level verpasst noch mal ein stück populärer gemacht und so und gerade in letzter zeit mit cods und so ist natürlich wieder unglaublich im hype und der spielen echt deutlich mehr also das sieht man auch an den spielerzahlen da hat cods auf jeden fall gute werbung gemacht für den ligamodus und ich finde das ist auch gut so weil diese modus der bockt einfach mit freunden bisschen im team zu zocken bisschen auf win zu spielen bis in dieses competitive feeling reinzukriegen ist einfach eine geile sache und deshalb feiere ich liga und ich freue mich dass der in ein bisschen verbesserte form anscheinend sogar in black ops 3 in form des arena modus wieder zurückkommt und ich werde da auf jeden fall auch wieder ordentlich suchten und ja mal schauen wann ich da master rank erreiche neue infos sind auch herausgekommen zu den nahkampf attacken und zwar wusste man ja schon dass man nicht mehr direkt panic knifen kann sondern nur noch mit der waffe den gegner im grunde ein bisschen punchen kann und dafür braucht man zwei hits um den gegner tatsächlich zu killen und jetzt ist neu herausgekommen dass es ein combat knife gibt also ein kampfmesser dass man ausrüsten kann als secondary und das gibt dann glaube ich one hit wenn man es nicht ausrüstet läuft man einfach mit den fäusten rum wie so ein boxer wie mike tyson kann man dann die street trassieren braucht man allerdings auch zwei hits aber ich kann mir vorstellen dass das im private match in richtig geiler modus wird wenn alle mit den fäusten rumlaufen und sich gegenseitig die fresse zerkloppen und dann will ich noch kurz auf die streaks zu sprechen kommen denn da wurde ein paar informationen mehr jetzt bestätigt zum neuen orbital satelliten der natürlich für die ganzen deutschen schwitzer hier unter euch eine ein segen ist sage ich mal und ja die ganze gaudi wird auf jeden fall hater heißen und ja ist irgendwie ein seltsamer name finde ich für eine streak aber na was soll's und man kann den auf jeden fall geilen was jetzt nicht so geil ist meiner meinung nach aber das ganze geht immerhin nur mit launchern also man kann nicht irgendwie mit einer mg wie in black ops 2 mit der elsa das oft genug gemacht würde auf die street geilen und die rücken zu schießen das geht nicht da werden die schüsse schlichtweg einfach nicht connecten und naja also da müssen wir mal schauen wie sich das ganze dann verhält man wird auch die klassischen non-liefels wieder spielen können sprich es gibt eine drohne es gibt eine konnte drohne es gibt eben diesen hater aka den alten orbital satelliten aber es ist ja kein orbit satellit mehr weil er nicht im orbit ist denn er kann ja auch untergeschossen werden logischerweise und dann gibt es auch wieder so eine art emp systeme nämlich das power core das kann man auf der map aufstellen und dementsprechend kann es auch zerstört werden mal schauen das ist nicht mehr ganz so stark aber ich denke es wird seinen job noch einigermaßen gut erledigen also die klassischen non-liefels kehren zurück und ein paar andere streaks wurden auch schon angekündigt und es gab in dieser liste es hieß ja immer mothership ist die höchste streak aber da gibt es noch etwas das gesperrt ist nach dem mothership noch eine höhere streak ist das etwa eine nuke und mit diesem schlusssatz verabschiede ich mich jetzt von euch lasst einen daumen nach oben da wenn ihr gehypt seid für black ops 3 und wir sehen uns beim nächsten mal schaut vielleicht auf meinem channel vorbei link dazu ist unten in der video beschreibung und bewerbt euch als kommentator bei vp peace out tonic out